So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist das Let's Play Terraria und wir spielen es zu dritt mit dem Max Hallihallo und mit dem Nicker Hallihallo Hallihallo Okay und ich glaube, weil wir so lange gewartet haben, mache ich noch mal schnell Tag und dann geht's los Nick, erstmal Holzfarben Also ich bin hier schon voll geil an Holzfarben mit der Axt Also wir sind nicht die Rose von Terraria, wir haben das Spiel seit ungefähr einer Woche und haben uns das mal ein bisschen eingespielt Nick hat's noch gar nicht gespielt Ja, hier, was geht euch ab? Ja, du hast auch noch mal gespielt Nick hat's gerade gedownloadet, wie gesagt Juhu Und wie kann man das Inventar öffnen? Escape Ah Und hier ist mal, was du craften kannst Ja und dann, wir bauen jetzt erstmal ein Haus Ja und dann, wir bauen jetzt erstmal ein Haus Hier erstmal alles abformen, wenn Nick den Baum da weggemacht hat Genau, gut Genau, gut Das kann ich nicht, wie hast du gesehen? So, reicht Jetzt bauen wir uns erstmal hier so rein So, Block Oh man, wir haben jetzt einen Hauen, oder? Ich habe vorhin schon ein paar Slimes gekillt, wo wir auf Nickel gewartet haben, bis es gedownloadet ist Und dann gehen wir uns Ich baue das Haus, ihr farbt noch ein bisschen Ja, ich spiele Ja, das kommt da ja unten Ich spiele von Terraria, von uns am längsten, glaube ich Ja, da vorne auch Max, ich spiele doch Terraria am längsten, oder? Von uns insgesamt Ja, wir haben das vorhin schon mal gespielt, aber dann haben wir irgendwie keinen Bock mehr gehabt Ach nee, das ist schon ein Ei Ja Ich höre hier erstmal aus Legge alle Rohstoffe mitnehmen, da hinten ist doch eine Hälfte da Oder nee, sorry, das sind Steine Ja, Steine brauchen wir auch erstmal, um Ofen zu bauen Okay, dann baue ich das hier ab Können die Werkzeuge auch kaputt gehen? Ne, nein Unendlich da Das ist scheiße Das ist nicht scheiße Warum? Geil Der ist immer noch von Minecraft gewöhnt, deswegen Ja, Terraria ist das gleiche wie Minecraft, nur halt in 2D Hier hinten geht die Höhle runter Ja Ja, guck mal ob die Vasen da, vielleicht ist was nützliches in den Vasen drin Ja, Vasen, die zerstöre ich auch, ich hab schon 90 Choriten Ja, die bringen's Ins Giftgebiet müssen wir dann alle zusammen rein Ja, war die, gell, weiß noch? Mhm Max und ich sind ins Giftgebiet gewandert, sind dauernd gestorben Ja, wir haben schon so ein bisschen Multiplayer gespielt Und ich hab mich, also auch mit anderen Charakteren Und ich hab mir dann als Lebensziel gesetzt, ja Ich muss durch das Giftgebiet durchkommen Ja, da sind wir aber einfach durchgerannt und einfach auf sich die Taktik ausprobiert Und ich glaub ich einfach hab es geschafft, weil ich ja Ja, ich hab's einfach geschafft Und danach kam noch ein Dschungel Ja, danach kam gleich der Dschungel Hatte ich bei mir mal einen Brückenhämmer Ah Wie kann man Fackeln abbauen? Man kann ich das nicht abbauen Oh, hier sind viele Vasen Warte mal Ich hab Kaninchen, Juhu Ey, die kann man noch schlachen Darf ich nicht schlachten? Ja, bringt aber nichts Bruder aus der Kiste Ja, äh So, hier Nicke, hier gibt's so Wuten-Plattforms Da kannst du von unten drunten durch Aber von oben drunter kannst du nur durch Kann man eine Workbench? Wut-Plattform Kann man eine Workbench? Ich hab unten eine Workbench schon aufgestellt Jetzt baue ich erstmal Fackeln Gut so Ich glaub hier noch Oh, 6 Eisen und ein Speer Ein Speer Krieg ich ein Speer Und dann würde ich den Borscht und 20 Silbercoin Ja, Nicke, was machst du? Ach so Äh, ich teste grad aus Ja, warte Ich baue erstmal einen Stuhl und einen Tisch Ich hab die Kiste kann man nur mit dem Hammer bauen, oder? Ne, ich glaub Ach, ist scheißegal, die bauen uns dann ab Ich hab schon Hammer So Ich weiß nicht, ob der Typ jetzt schon einziehen kann Ich glaub aber nicht Warte Hä, wie kann man das hier abbauen? Wir würden gehen noch ziemlich tief rein, aber da geh ich jetzt auch noch nicht hin Kommen wir ins Team Blau? Ja Nicke Team Blau Ne, du musst Escape machen und da oben rechts, wo unter deinem Leben ist so ein blaues Schilder Einfach drauf gehen Hast du? Ja So Ich seh mal nämlich, wie man dann fernst, weil jetzt doch, weil ich nicht so Ich hab auch nicht richtig drauf gekriegt Ich hab auch nicht richtig drauf gekriegt Über 300 Ich komme Hoos ist eine englische Wahrheit Ja Der Nicke ist ja auch noch der jüngste von uns also Ja, wir sind Wally und ich sind 14 und Nicke ist 12 Juhu Helft mir mal mit nem Hammer das hinten abzubauen Alter, erstmal die Scheißhalle Alter, sporen die da drunter? Nein, die hat diesen von Äh, wie kommt das hier runter? S S Ja, S Ja, S Der da hat das S, genau Im Haus sind wir sicher, nur der Guide ist da nicht sicher Nein, warte Nein, warte Volli weg Und wo ist hier bitte schon die Bank? Niedschen So, boll und Dorn war So, wieder da Oh Danke für den Speer ja gut der ist geil wie kann man was zuwerfen Max brauchen wir einen Iron Anvil ja einen Anvil brauchen wir das ist ein Amboss wie schon auch in Minecraft ja hier gebaut ich muss dann nach der ersten Folge erstmal essen gehen könnt ihr danach noch ey wir müssen auch erstmal essen ja machen wir nach der ersten Folge erstmal dann Schluss gell und dann treffen wir uns wieder hier warte ich gebe euch mal ich gebe dann mal um mich nicht die Fahre mit Kloppen Astor Wallye hat einen Bogen den Bogen hab ich aufgesammelt ja und er hat das auch ein Bogen und beide kannst du nur am Koffer den Koffer und wie komm ich an den Klick-Table einfach Escape drücken das ist einfach hin und dann Klickse da ist Cape und welcher ist der Klick-Table ja der hier unten der kleine ich gehe mal mit meinem Speer drauf oh das macht so schön viel Schaden an dem Du die Waffe hier Decke-Wenn nimmt die Spitzhacke weil das Schwert ist scheiße so ein Kotzschwert ja meine Lehrtaste leckt ein bisschen der Kunde mal kurz ein bisschen die Welt ich bin hier voll da froh nimm nur die Spitzhacke und im Wasser kannst du nicht schon gerne da musst du aufpassen ja du kannst dich nur vom Boden abstoßen ich baue erstmal hier alles weg Vorsicht Nicke und geh mit der Spitzhacke drauf genau weil das Schwert bringt nichts boah ein Auge das Mädchen kann es das ist egal ich helfe dir ein hässliches Auge Vorsicht das ist scheiße mit den Sperr geht das übelst gut ich werde Sperrkämpfer ihr könnt ja dann Breitschwerter nehmen Alter ja diese Dämmen Eisenscheiße aber das ist einfach ein Fälle nö so schlecht zu mir da kommt einer komm hier rein der Weihau war das erste Mal aber als wir auf Mittag abgestorben sind in der Folge drei Malke mit drei Mal in der Minute drei Mal nicht in der Folge kann man schön den Bogen einsetzen obwohl du hast noch keine Pfeile höchstwahrscheinlich ich baue erstmal hier die ganze Erde weg weil wir müssen das gegen Wuttenwall tauschen sonst kann der Guide nicht einziehen ob der überhaupt noch lebt weiß ich nicht er hat nur noch ein Herbst wer? wie kann man es wieder Leben holen? regeneriert sich selber oder du brauchst Pilze Pilze müssen wir dann erstmal finden es sind zwar nicht es regeneriert sich gerade selbst ja ist normal soll ich dir helfen? ah da ist der Guide er lebt doch noch was läuft und wie respawnt man wieder? ja das geht dann automatisch dort aber eben etwas jetzt bist du wieder da das ist kein Gegner das ist unser Freund Nicke und was ist wenn er stirbt? das respawnt wieder glaubt aber glaube ich nicht oder? ne der ich glaubt in seinem Leben regenerieren sich übelst schnell hat er noch 300 wie wir nur 100 und hier erstmal die scheiß Dirtwall abbauen und gleich dürfte ich fertig sein hier fackeln hin so Achtung die Gläsen Zombies und ich verteidige erstmal den Guide beim Zusammenangreifen wie kann man bitteschön schwimmen? gar nicht man kann nicht schwimmen o ich hab gedacht du bist auch trinken das wäre lustig gewesen du von Zinke ja man kann nicht ich bin gell Jo wär's nein ein Glück man verliert sein Zeug nicht das ist cool jetzt geht's mir erstmal habt ihr noch ein bisschen Holz für mich ja darf sich so aggressiv sein ich glaub das reicht doch nicht ich glaub doch mein Holz reicht willst du es haben meins? ne gerne ne erstmal nicht ich hätte die Dirt gar nicht wegmachen müssen hab ich gerade gesehen man hätte die Woodwall drüber platzieren können wie viel Leben hat denn das noch? 13 lass sie in Ruhe das Speer ist richtig gut und der geht auch nie weg dann kannst du ja mal probieren zu killen kannst du später aber mit Lava killen musst du auch irgendwann um deinen Endgegner zu besiegen ah jetzt so jetzt kann er einziehen ja der ist blöd ah jetzt bin ich das erste Mal gestorben ich glaube wir müssen für den noch extra was machen ein extra Eingang für den Guide jetzt bräuchte ich noch ein bisschen Holz Max ach jetzt kriegt der wieder an oh mir gleich mal mein Bogen aus alter Terraria sind die Lichtwalten also so übel scheiße ach da kommt noch so ein Demon Eye ach komm her du scheiße Auge ey einfach drauf hopp 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 alter die machen über 10 Schaden die sausen durch an Deutsch das kannst du gar nicht abwärmen wer die Dämmen Eye ist da die Fleben hat das noch acht wollen wir jetzt mal ähm ja wenn die Zeit noch nicht um ist kommen wir ja nochmal losziehen ist gleich durch ich wir bauen noch hier das Fertig Max ich bräuchte noch das Holz hast du Holz Max hast du ich bin ich verkauft ja ich gebe sie gleich wieder der Post nicht nur noch eine Tür bauen und dann bin ich fertig Boah die sind okay ich hab den Grabstein geerntet von irgendjemanden und das kommt wieder ne das kommt das Ding jetzt ne Tür bauen und dann können wir gleich mal Tschüss sagen ich schätze ich werde die Folge unser eigenheim nennen oder auf der Suche auf der Suche zum zum neuen eigenheim oder so also Vorsicht hier kommt so ein Scheißteil das könnte er doch vielleicht mal einziehen okay das war's auch schon wieder von der ersten Folge Let's play Terraria wir waren zwar jetzt nicht so übermotiviert aber auch nicht also wir waren so Mittelteil also gut gut ich sag dann mal tschüss und bis zum nächsten Mal juhu tschüss ach ne ich muss ja F9 ach ne ich muss ja F9